Ich wurde dann zwar schon im Westfalenstadion gespielt, von einer Rasenheizung war man aber noch weit entfernt. Und die Schneewalze muss wohl defekt gewesen sein. Deshalb war das Gastspiel des 1. FC Nürnberg im Grunde eine einzige Neuschnee-Wanderung mit Wettbewerbscharakter. Burgsmüller, Rotawa, 2 zu 1. Manni Burgsmüller, Mirko Votawa und Rolf Rüßmann erzielten die Tore zum 3 zu 1 Erfolg. Eike Immel sorgte am Ende noch mehrfach dafür, dass der Sieg nicht mehr in Gefahr gerät.